Jo, was geht ihr kleinen Schnittchen? Heute ist der große Tag. Heute werde ich den Gewinner ziehen vom Gewinnspiel zum 1000 Abos Special. Vorweg kommen nochmal alle Beiträge. Da waren wirklich auch ein paar klasse Dinger dabei, aber ich habe ja auch gesagt, beeinträchtige ich nicht die Gewinnchance. Ihr guckt euch jetzt nochmal alle Beiträge an und danach rühre ich die Gewinntrommel. Bis dahin, bis gleich. 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 mets Plus outside, bis gleich. Bis dahin, bis gleich. Bis dahin, bis gleich. Bis dahin, bis allerdings. Bis dahin, bis gleich. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Die nächste 10 Euro Paysafe-Card geht an den Pfeil im Kopf. Sauber. Und jetzt das T-Shirt. An wen geht das T-Shirt? Ich bin gespannt. Nein, ich gucke nicht. So, hier habe ich denjenigen, der das T-Shirt gewinnt. Und das seht ihr nach einer kurzen... Nein, keine Werbepause. Ich gucke gleich mal rein. Das ist der... Der Horton. Jawoll, herzlichen Glückwunsch an euch drei. Meldet euch bei mir, wie ich euch das zukommen lassen soll. Also die Paysafe-Card ist ja nun ein Code, das kann ich euch so schicken. Und die habe ich hier auch schon liegen. Und das T-Shirt, wie gesagt, da brauche ich die Größe von dir horten. Was du hinten drauf haben willst und an welche Adresse das gehen soll. Und dann schicke ich dir das zu. Das kann aber allerdings noch ein bisschen dauern. Ich danke euch nochmal allen herzlich fürs mitmachen. Und ja, sorry an die, die nichts gewonnen haben. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und bis bald, haut rein. T-Shirt. 2 5 Bis zum nächsten Mal.